Schneidest du gerade deine Haare? Ja, meine Nasenhaare. Ja, ja, ja! Oh! Oh! Bonny! Scheiße. Oh, guck mal, man kann die Farbe einstellen. Fifty Shades of George. Lilea. Lilea. Ja, du kannst es auch. Ja, klar! Roten Hund, Alter. Wir dastehen mit seinem scheiß Wischmob, ey. Das sieht aus, als wären das tausend Bildos, die da dranhängen. Zninf. Okay, ich muss deine Kacke und deine Pisse aufwischen hinter dir und dir nachlaufen. So, sag mal was. Nö. Alter, ich muss sogar Wasser bei dem Wischmob nachfüllen. Das ist für gar nicht so einfach. Weil du so ein kleiner, ekliger... Rüder bist. Bist du ein richtiger Rüder. Du bist doch nicht Rüder. Richtig verrüdet. Ey, ich weiß nicht wo du bist. Aha, du Loscher. Und was ist das denn für ne kleine Wurst, ey? Tja. So ein Vieh und dann so ne kleine Wurst. Ne, hab ich leider nicht zustande gebracht. Warum kann ich nicht kacken? Ich will so einen richtigen... So einen richtigen grünen-braun will ich hier hinsetzen. So einen richtigen Oschi. Kannst du auch wo hoch springen und da irgendwo draufkoten? Ja. Auf das Pinballfeld, Alter. Alter. Oh ne. Wie hat er da mit seinem Besen da drauf angeschmiert? Scheiße, wo kommt er? Hilfe, nein! Ich will auf jeden Fall noch ein Rematch. Ich will aber auch mal der Hund sein und will kacken. Nein, du darfst nicht kacken. Ne, ne, ich verurteile dich zum Darmverschluss. Lebenslang. Ich will jetzt George sein. George, die personifizierte Rotzbremse. Mit meiner richtigen Gummibatsche. So, was muss ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich als der machen muss. Du musst meine Kacke aufsammeln. Geil. Hi, grüß dich. Nein, geh weg. Warum bist du schneller als ich? Das macht keinen Sinn, wenn ich dich fragen muss. Weil ich ein kleines Arschlochkündchen bin. Oh ja, da kommt ganz viel raus. Ganz viel vom Zeug, was wir nicht haben wollen. Nicht wahr? Was kann ich jetzt? Ja, mal lieber meine kleinen Scheißwürstle. Ich seh die gar nicht. Ich geb dir nur am Hinter. Die darfst du auch. Wie kann ich denn dich fangen? Oh shit. Ahhhh. Ist das da unten mein Verdauungsbalken oder was? Wo läufst du eigentlich? Wie du aussiehst. Lass mich in Ruhe. Hoffen mich zu überleidigen, sonst Rage quitte ich. Vor allem, du kannst aus dem Stand einen Meter hoch springen und ich kann gar nicht springen. Fitness Goals. Du musst im Übrigen deinen Wischmob irgendwann reinigen. Wischmob. Du hast ja auch noch keine einzige Kackwurst von mir sauber gemacht. Ich hab noch keine einzige gesehen. Die dampfen doch wie Hölle. Komm, setz da mal einen richtigen, einen richtigen Oschi. Warte, ich setz hier mal so einen richtigen Haarigen, wenn ich verdaut hab. Ach man, ich kann da nicht hoch hüpfen. Kannst du überhaupt irgendwas außer Orange sein? Warte, ich kack hier rein. Ja, ja, ins Auto. Come on. Ich komm überall nicht hoch, Mann. Da, wo die Kinder spielen wollen. Scheiß ich jetzt hier einfach auf D-Shirt. Nein! Komm hier auch nicht hoch. Die sind eh im Sale. Die will eh keiner haben. So, hier. Ich bin auf den Tresen gekackt. Du mir nie einen Hund. Das ist das Spider-Dog. Das ist das Spider-Dog. Warum sind die Bürger vierheckig? Schmeckt doch nicht. Komm mal her, Pärchen. Komm mal, ich will dir was zeigen. Da. Guck mal her. Oh, klasse. Wir scheißen auf Glücksspiel. Guck mal, da sind alle FNAF-Charaktere. Geil, nice. Geil, nice. Zwei hab ich gesetzt. Fein. Ganz feiner. Ich hab in den Einkaufswagen geschissen. Wo bist du? Hier. Ja, hier, toll. Hinter dir, ja, hinter dir. Ach ja, die gab's gerade. Kack, ich häng fest. Nein! Ich geh weg. Komm her, du Reudiger. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Wie der einfach weiter läuft. Der presst jetzt seine Sturm nur in die Ecke hier. Den ganzen Tag. Du brauchst keine Farbe aus. Doch, ich will rot sein. Nein. Du hast hier nix rot zum Sein. Die Zeit läuft schon. Auf geht's, komm. Du hast hier nix rot zum Sein. Du hast hier nix rot zum Sein. Es wäre doch schade, wenn jemand hier ein kleines Häufchen hinsetzen würde. Warum kann ich nicht kacken? Du musst, äh, unten hast du den Balken. Ja. Das ist dein Verdauungsbalken. Ah, der geht aber nicht. Ja, du musst auch was essen. Ach so. Du hast überall hier so Hundeknochen. Ach so, jetzt verstehe ich das Prinzip der Verdauung. Bis jetzt war mir das ein Rätsel. Ey! Hey! Hat er hier auf meinen, auf meinen 30 Euro Smölln Ikea Peppich geschissen. Smölln! Alter, das ist der übelste Messiebude hier. Ja, guck mal hier, guck mal die Badewanne an. Ne, hier, neben mir. Da. Da. Geil! Vor allem 10 cm. Das ist richtig nice bestimmt. Und hier hängt die Disco Kugel und da hinten ist einfach mal so ne Couch. Der Fernseher ist leicht deplatziert, willst du nicht? Ich glaub, du hast in die Badewanne geschissen. Ja, weil ich ein kleiner Frechtax bin. Jetzt. Ja, 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 ja. Da hinten! Alter, wie bist du denn da hintergekommen? Ja, ey, das Spiel sagt mir, ich soll meine Kacke richtig gut verstecken. Das ist meine einzige Aufgabe hier. Das ist quasi mein Lebenssinn halt. Da geb ich mir auch gefälligst Mühe. Ich find den einen Scheißhaufen nicht. Wo hast du denn hingesetzt? Ah! Leck mich doch am Arsch. Wo hast du denn hingesetzt? Ja, Mann, schönes Spiel, Freunde. Für 10 Sekunden. Ich hab gerne mit jemand anders gespielt, aber niemand lässt sich auf so ein Niveau herab. Geilste Absage ever, Seth. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Falls wir euch statt einem Würstel einen Lacher entlocken konnten, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr nicht genug von Detox Lacher kriegen könnt, dann klickt mal hier auf den Button. Da kommt ihr zu seinem Channel, könnt ihr mal nette Grüße und vielleicht ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und macht euch einen schönen Tag.